Hallo. Du bist doch genau so einer, bist du. Wir können dir mal zeigen, wie das richtig geht. Du kleine Mieze-Katze. Herzlichen Glückwunsch, kleine süße Mieze. Auch für Küchendienst? Alleine oder zusammen? Aber das geht nicht. Das könnt ihr nicht machen. Das ist gemein. Mutzkops, sag ich dir ganz ehrlich. Wir haben auch einfach sonst nichts zu sagen. Ruhe, Ruhe. Was sagt der Ruhe zu mir? Wir haben uns jetzt besprochen. Ihr werdet zum Küchendienst verdonnert und wir kriegen beide jeweils fünf Steaks von euch. Ja, mit ganz viel Rattengift. Was ist hier? Party oder was? Hier ist ein Zoo. Also streich jetzt so. Oh, die ist auch wild. Schick die auch mal in die Zelle. Die Dame, kommen Sie bitte auch mal hier raus. Kommen Sie auch hier rein. Alles klar. Geh rein hier. Viel Spaß. Ja. Gib ihr. Ich wette auf die grauenhaarige Gewin. Oh, das ist den ersten schon. Das kann ich nicht bestechen. Ach, Digga. Das ist die Bitte. Das ist halt auch... Viktoria ist weg. Oh, jetzt können wir sie draußen wieder einsammeln. Ja, aber wenn du uns da irgendwelche Milchzähne reinbringst, um uns zu ärgern, was ist denn hier? Ich habe euch gar nichts reingebracht. Bitte. Daddy? Daddy? Bitte? Also, wenn ich könnte... Wenn wir jetzt könnten... Würde ich euch so hart in die Eier treten, ne? Ich wette mit dir, in der Heimschule sind wir eh wieder hier. Ach, komm mal aus. Wenn man mir Liebe gibt, gebe ich Liebe zurück, ne? Danke. Ganz klar. Das war schön. Junge, Alter, es ist zu viel. Ich... 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 Ich gehe schlafen. Ich gehe schlafen.